Vogel Syndra Einen von SK bzw. Riot haben wir schon plattgemacht Jetzt kommt Phanatic Lamia Hat der Twitch-TV Phanatic Lamia? Guck den, guck einfach Twitter Doch nicht, Lamia, Lamia sag mir mal was Ach, Lamia ein Scheiß Ja Phanatic Nokia Battle Lamia Lamia Zealot Phanatic Cyanide Currently Teamless Er war ADC Er heißt Crush Diablo Das ist ein Deutscher, ey Ist er? Ja Aber sprich nicht deutsch, sonst reporte ich dich, du Wichser Phanatic Lamia Er hat mir gesagt, wir bei echt was So wie vielleicht? Ey, er hat, er hat einen Stream Hat der? Oder, ne, der hat einen fremden Stream gepostet, glaube ich Einen fremden Stream gepostet, achso er, es gibt einen Phanatic Lamia, oder wie, auf Twitter Ja Ne, ey, der ist Guck dir das mal an Das ist der nicht Im Stream ist er grad driven Oder guck die Ne Hä? Hä? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist der nicht Das ist der nicht Der ist grad bei Ozone im Team Ozone Lamia heißt der eigentlich Ja, das da verstehe ich nicht Ranked Rinse 114 Rinse, 0 Loses Wer denn? Der Lamia? Ja, so wird man Diamond Moment Oder nicht Was? Was ist das für einer? Der scheint ja krass drauf zu sein Was sagen die Cheats? Ja, das sagen die Cheats, guck doch Guck den Screenshot Das sagen die Cheats Welcome to the Howling of this Daimler vom Platin vor der Lauf Ne, vom Platin nach Daimern Und dann Anbrank Holy Shit Guck die Oh, da muss ich wieder Ein deutsches Wort und du bist dran Eigentlich Eigentlich kann ich dich für deinen Namen schon reporten Nein Das ist kein böser Name Ich bin ja nur super an Knaller Da kommen die ganze Zeit so Rumble Pfeile rein Apunen? Ja, genau Dann, dann zieh ich ein und dann ist es vorbei Hey, das muss hundertprozentig fail sein oder mich? Ja, das geht nicht, was hast du, woher hast du das? Ich sieh ein Dude Evelyn ist natürlich Ey Das kann nicht sein, das geht einfach nicht Ja lass ihn doch, scheint egal wir machen die einfach platt Guck, fokus mit ihm Ich sieh ein, ich sieh ein Du willst den Fokus nur weil der Lamia äh Fanatic im Namen hat Bist du rassistisch? Hey, du hast einen reported der CLG im Namen hatte Spaß Weil er 10 Minuten des Spiels in der Jusche war Das ist doch kein Grund Junge Das ist Er hat's am Anfang gesagt BW, be right back in 10 minutes An der Shower Da hast du es ey Fanatic Oh, ich hab einen Gefielbt du Bitch Oh, ich wurde gestunt HAH OH 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 Der hat 3 mal Die Dingens bekommen Niiiis Ich grebe, ich grebe, ich grebe Yo Nooooo Und du bist fest brand Was ist denn hier los? Niiiiiii Team baits Team baits Team baits Team baits Ich hab einen Geld Scheiße. Somme. Oh, leih. Oh, sah so gut aus für uns und jetzt auf einmal so scheiße. Nice. Der Z ist scheiße, der Rest ist gut. Oh, leih. Oh, oh. Nein, Auto-Hit! Ey. Fnatic hat nur noch einen Auto-Hit. Ich hab's mehr. Ich hab noch Flash. Der Fagott. Äh. Lelelele Amor. Lelelele Sonjas. Das. Das. Und ein paar Pots. Killt ihn doch. Er ist gesilenced. War der AFK zufällig? Sah sehr danach aus. Ach ja, ich hab ja gemerkt hier. Ich hab die Vision verloren. Fuck. Du musst ein bisschen trainieren, wenn du mit uns spielen willst. Wir sind krass. Lelele. Lelele. Ich mach jetzt jeden Tag 50 Jahre, damit ich trainieren. Ne, so grundsätzlich ist. Ja, ich weiß. Ich spiel halt noch nicht so lange. Ach so. Ja, okay. Wir spielen ja schon ewig. Das ist nicht lang genug. Du müsstest jetzt nochmal an der Sischen Diamond sein. Okay. Ja. Mit 100 noch was Wins. Ohne Looses. Ah, ich hab lange hergetauscht. Push. Schu'lant. Nee. Push. Push me. Ja, Chili, Chili. Muss er sehen dann. Chili, Chili. Jetzt. Ich will Fanatic haben. Fanatic? Nicht Fanatic? Holy shit. Du ziehst? Ich, äh, 4, 4. Du würdest die ganze Zeit reinrauben auf irgendwelche Leute. Ach so, ich hab keinen Smite. Ich zwängs nur so. Jetzt zerstört der Fanatic. Ha! Oh, oh. Grab. 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 Grab ihn. Grab. 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 Grab Food. Grab Food. Jetzt. Ich, ich hab jetzt ne große Rakete. Jetzt. Jetzt noch schießen. Hey, ich mach das. Jetzt. 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 Oho. Jabin. Oh mein. Da geht's. So, ich hab extra Lamia gefokust mit der Ulti. Ist er gestorben? Nein. Nein. Ja. Jetzt. Jetzt. Oh mein Gott. Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Er hat mich alle so hart geblockt. Er ist uns geblockt. beeindruckt. Ja, die sind alle ungefähr diamond so niveau, ne? Nö. Nö. Wir haben sie. Nö. Doch. Kommt mir nicht so vor. Ja, es kommt uns nicht vor. Aber die machen nachher dick Plays. Glaub mir. Nö. 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 Eveline will zu mir! Er will exekuten! Exekute! Seid ihr scheiße! Ah mh! Ich könnte die exekuten lassen! Oh lol! Du stirbst! Zack! Ah der selbst! Schmeiß ihn hoch! Miklis! Mach du! Ich hab kein mana! Oh lol! Da! Magic! 3 Magic! Ja! Warum hab ich auf Korki, alter? Ja! Korki ist gut! Ob ich gut vorbeikomme ist meiner Ulti zum Exekute! Nicht ulten! Jetzt! Oh! Er war zu spät. Er hätte schon 2 Kills! 2! Du stirbst! Nein! Der Ulti! Wann Der war scheiße! Der war scheiße! które on bat-jac Batsch. Den Batsch. Ja! crap guck! Eigentlich voll gemein, so die Combo. Blitzfülle. Wir müssen jetzt erstmal hier wieder meine Raketen zusammenfarben. Wie sah das denn aus? Das ist doch voll krass. Oh mein Gott. Oh, wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Oh, ich habe sie gut. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Achso. Wir haben ihn nicht gesehen. Der hat mich total überrascht. Wir haben es gemerkt. Wir haben fertig gemacht. Ein bisschen. Ich habe einen Skill-Shot von denen. Oh, ihr wollt. Oh. Die gleiche Link. Irgendjemand von Team 7er D. Wir fesseln den anderen Tab. Prost. Ich bin nicht mehr und Double 2. Hä? Hä? Bitch! Diamond Place! Ich bin gesilenced. Auf den Tower, Mofos! Ich grab ihn gleich. Ich grab irgendeinen. Dann fähre ich den. Ich brauche ihn. Oh, oh. Was? Ich war schon raus da. Anscheinend nicht. Das ist halt nicht. Wird sie verarschen? Anscheinend schon. Wird nicht verarschen! Nein! Warum haben wir genau so viele Kids wie wir? Obwohl die die ganze Zeit um eine Scheiße machen. Ohne Witz! Hörtert sie! Mach sie festig! Ach, schüler und tot. Ihr macht keinen Schaden. Oh, ich hätte nicht reingehen dürfen. Ihr macht echt keinen Schaden. Nein! Gucken sie den Heroes an! Echt mal! Deftin Tower! Ich bin dabei! Deftin! Wenn wir den noch behalten, dann haben wir Glück, ey! Sie ist alles kaputt! Sie ist alles kaputt! Sie ist alles kaputt! Hab ich getan! Ja, gut! Ey, ich schieße sie kaputt! Was? Jetzt hab ich keine Raketen mehr wegen dir! Ja, dafür kannst du gleich Z-killen! Yo! Sorry, fuck! Ist aber nicht nur dieses Game, machst du immer! Nein, wann mach ich denn sonst? Zum Lahm, ja! Noll! Malfight, was machst du da hinten? Ich bin mit dem Ding zergelaufen! Ja, lass es! Nicht! Jetzt! Den Rumble! Ne, den Zed! Und den Rumble! Je nachdem, wie du kriegst! Ja, oh mein Gott! Mein Gott, ich hab wenig anklicken können, aber mein, mein, mein Sunfire Cap hat ihn umgebracht! Geep! Geert! Oh, das ist das Ding! Ja, lass mich halt tanken! Natürlich! Zandra ist nicht so krass! Evelyn macht Sneaky Kills hier! Oh, ich, ich mach da schon! Ja! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Oder was? Da Bates! Da Bates! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Nein! 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 Achtung! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Du hast das zu mir weiß? Egal. Er ist ein neues Gesicht oder was? Ist so. Ja, die machen uns fertig. Ja, wie wärs mit ordentlich spielen hier, Kids? Ich spiele ordentlich. Wir spielen alle ordentlich. Nee. Nee. So. Jim, Zickle, ich spiele ordentlich. Was? Und jetzt die Ults. Sag wenigstens an, wenn du Ult machst. Okay, okay. Das ist total scheiße, wenn du es nicht sagst. Ja, okay. Kommt beim nächsten Mal mit anderen. Ah. Ja. Sex. Du sollst denn am besten auch noch rumschreien? So richtig schlau, wenn's geht. Danke. Aber treib nicht. Ich heiße ihn! Ich heiße ihn! Nein. Ich heiße ihn! Nein, ich heiße ihn! Crap! Crap! Oh, nice! Alles! 19 Gold. Was ist das denn? Bet hit, das war GOGO! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ist er nicht ohrleute nur den Fall sind die Röder und Sie und dann gemacht werden da kann ich habe ich habe natürlich später okay doch nicht für einen die Ult benutzen ey das war doch total blöd ich hab gedacht du meintest nicht mit Wirpo und was war das für ein Scheiß ich war verwirrt tut mir leid wie verwirrt von was du hast gesagt von Wirpo diese Brüste sah so 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 echt aus von Eveline die haben mich total das ist ja totaler Scheiß ey aber okay wir gewinnen das noch Eveline ist neben dir die Stülten können die Jiko brauchen ich kann von hinten schießen siehst du das? da bist du zu viel losgelist ich hab Angst ich sterbe bleib finden ey die Melfeld und beim nächsten Fight brauchen wir die jetzt setz dich mal ordentlich auf mehr als einen bitte am besten auf Sündra und Eveline am besten auf alle heil ach so ja 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 ach so die wollen dich mich? ich bin unterwegs ich wurde gestand ja hab ich ja bei sowas hätten wir eine ult gebraucht ja ich hab's gesehen, ich hab mich gerade selber geärgert ja, ich hab ja mal einen gekriegt jetzt war er wir haben nur einen wir waren aber schau das geht ja jetzt war mir sicher lieber tot jetzt verlieren wir oder was oh mein gott ja dann bin ich grab komm her weiter weiter danke hey, die ist so schnell für mich da war einfach ein Q drauf hier ist noch einer wir brauchen deren Inhip und deren Nexus Tower wir haben deren Inhip wir kommen gleich ab wir brauchen jetzt ne gute Mehrfad-Ult gleich ja ok am besten wenn du die Minion Wave triffst ok komm gleich wieder den Tower den Tower zurück 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 ich baue nur eine halbe Minute und Sonja's Sonja's hab ich ich geh jetzt Dings immer hier hin zurück ja wartet vor kurz vor kurz oh war knapp die sind lower als wir 10 Sekunden die hat geultet die hat geultet die ist fast tot mein gott mein gott er hat mir nur 19 Gold gegeben ja was ist das nicht die waren der ult tot ich hab noch meine ult ja die tritt mich um was soll der scheiß ah du es haben kill die Evelyn Push durch. Links kommt gleich. Shyvana kommt gleich am Arsch. Weiter. Die Schaden sie macht. Die Empfang macht richtig stark. Das ist so. Oh, Shyvana ist wieder da. Oh, Inhip ist wieder da. Ich bin erst nur 20 Millionen. Den Top Tower. Zwei Hits. Drei Hits. Die haben mich aber gleich. Ich bin gleich im Moment tot. Sterbt jetzt nicht im Teamfight. Kitet die oder so ne Kacke. Ey, sonst. Ich kann hier ulten. Von hier. Wir wissen das. Nein, das wissen sie nicht. Mach das. Bin schon High Speed. Ja, die haben Schiss. Jetzt! Oh mein Gott, die gut gestunnt werden. Ulti, Melphide Ulti. Ja, es war wieder Scheiße, ey. Hey. Wer hätte direkt die Melphide Ulti nach dem da reingesprungen ist, Kompens. Ja, Shyvana. Ah, Shyvana. Syndra hat nicht die Stunt gehabt. Gerade als ich reingehen durfte. Kale sie. Kale sie. Kale sie. Kale sie. Ulti sie einfach gleich. Geh rein und ulti alle drei. Jetzt! Nein! Yes! Ah, bin tot! Nein, was ist mit dem Schild? Ich bin auch da. Ich bin auch da. Bait sie noch. Ey, bait sie. Bait sie. Bait sie. Grab! Bait! Nicht nötig! Wurstel mal Blitz, bitch! Dann müssen wir pushen und schillen. Sonst kommen die nicht alle da. Die Deffen nämlich jetzt hinten. Sonst kommen die alle da? Walter Kraft. Okay, ich hab kein Schild und ich hab... Oh mein Gott. Diesmal geh ich down. Ich hab nen Sonjas jetzt noch. Versuche einfach nur ein Squishy zu grabben. Wie Syndra. Oh, Zett. Lass den Zett leben! Lass den Zett leben! Pushen wir einfach jetzt. Hunde haben mich getötet. Schweinehunde. Ah, ich kann nicht durch. Es ist Zeit! Aber wenigstens Tor mitgenommen. Ja. Der untere ist angeschlagen. Unser Innov ist auch wieder da. Schaffen die nicht mehr. Die haben keine großen Minions. So, ich bin ran, du ins Ball? Wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Andere. Was sind Gegner denn? Haben die irgendwelche Tank-Items? Magic Besist? Ruf noch ein Last Whisper auf Blitz. Ja, macht Sinn. Mache ich boost damage. Ja, macht Sinn. Ich hab Ult jetzt. Boom, boom, boom. Jetzt haben wir aber keine... Keine Dinge ins Ult mehr. Wie lange? Bis Malfight Ult? 30. Was? 30. Okay, das haben wir die. Ey! Evelynn! Evelynn! Halt die Evelynn auf! Komm! Nice! Zyndra jetzt am besten noch, das wär perfekt. Malfight Ult auf Zyndra. Sauber. Jetzt nur noch ein Tower. Wir säht es der Lappen. Den, den, den können wir ignorieren, ey. Er macht kein Damage. Ja, perfekt, wir haben gewonnen. Oh! Oh! Okay, das war gut. Die haben sich am Ende einfach alle einzeln schnappen lassen. So, voll dumm. Phenetic Lamia. Uh, schlecht, uh.